Das Hotel HSM Regana liegt in Calara Teada in Mallorca. Das Hotel HSM Regana ist beliebt unter den Gästen. 83% empfehlen das Hotel weiter. 468 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,7 Sonnen bewertet. Gastronomie Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,7 Sonnen von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,7 von 6 Sonnen. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.